Die schönsten Geschichten präsentiert Familie Lucky Neue Abenteuer im Wasserpark Lisa, halt dich gut fest! Ja! Wuhu! Gleich doch mal! Okay! Jetzt bin ich dran, aber mit dem Jetski! Juhu! Das macht Spaß! Ich gebe gleich Gas! Haltet euch ganz gut fest! Juhu! Yvonne, nimm ein bisschen Rücksicht auf uns! Das schaukelt hier so sehr! Aber es ist mega cool! Jetzt drehe ich aber richtig auf! Mama Mia! Das ist hier so wackelig! Mama, los! Noch schneller! Ja! Jetzt die letzte Runde noch! Das ist das Beste, was ich je gemacht habe! Juhu! Aber das ist viel zu schnell! Ich habe eine super Idee! Jetzt fahren wir dem Jetski die riesen Rutsche runter! Ooooooo! Mama Mia! Das war ja was mit dem Jetski! Aber jetzt rutsche ich erst mal alleine! Wow! Oah! Oh, das ist ja noch mal gut gegangen! Gleich ist Yvonne dran! Da bin ich aber gespannt! Und jetzt komm ich! Achtung! Ui! Ich war viel besser als du! Okay, das stimmt! Du warst echt besser! Lisa, trau dich! Jetzt bist du dran! Juhu! Das hat so viel Spaß gemacht! Gleich nochmal! Aber ich probiere diesmal eine andere Rutsche aus! Ach du meine Güte! Ist das hoch? Ich trau mich irgendwie gar nicht, Papa! Doch klar, Lisa! Gib alles! Juhu! Yay! Uah! Wow, ist das hoch von mir oben! Das ist hoch! Ich trau mich eigentlich auch gar nicht! Aber ich muss wohl als Papa! Uah! Ich habe es geschafft, Lisa! Hast du das gesehen? Ja! Und wie fandst du das? Super! Oh, das ist so entspannt hier! So angenehm, langsam! Das wird aber ein bisschen schneller! Warum? Warum ist das so schnell? Nein! Jetzt wird mir aber auch schwindelig! Oh! Das ist jetzt gedreht! Aber eigentlich ist es ganz schön! Vielleicht braucht man die Riesenrutsche zu rutschen! Wow, bin ich schnell! Das ist doch ganz schön cool! Achtung, jetzt komm ich! Uh! Klatsch! So habe ich mir das immer gewünscht! Ganz in Ruhe und entspannt! Juhu! Wow! Mal schauen, wer jetzt als nächstes kommt! Yvonne oder Lisa? Juhu! Das hat so viel Spaß gemacht! Gleich nochmal! Oh, wow! Das ist mega cool! Yvonne, Lisa, das war ein super toller Tag hier im Wasserpark! Und das ist der krönende Abschluss! In einem Unicorn! Wow! Das gefällt mir aber auch! Schade nur, dass der Antonik dabei ist! Ja, das stimmt! Aber der hatte heute keine Zeit! Nee, dafür ist er auch zu klein! Das wäre nichts für ihn! Aber beim nächsten Mal wieder! Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen! Wenn ja, dann hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben! Und es wäre auch mega nett, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet! Tschüss, bis zum nächsten Mal! Eure Familie Lucky!